Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Ich habe gehört, die Straßen sind alles andere als sicher. Hoffentlich nicht mehr lange. Ich sollte Onkel Byron über die Fortschritte informieren. Onkel, gute Nachrichten. Der Feldmarschall wird uns helfen. Natürlich hilft er. Ich habe keinen Moment an dir gezweifelt. Rutherford sollte ihn gerade zu deinem Anwesen zurück begleiten. Sie werden dich dort erwarten. Sie und noch jemand. Noch jemand? Wer genau? Lord Havel war besorgt. Er könne zwar die Generäle zu einem Abkommen bewegen, politische Machthaber ließen sich jedoch nicht so leicht überzeugen. Er fragte mich nach einer Lösung und ich schlug ihm einen gewissen Justizbeamten vor, der Befreier wurde. Ist das einer deiner Mitverschwörer? Quinten würde mich wohl einen der seinen nennen. Aber ja. Noch ein geächteter also. Genau was wir brauchen, um diese verkommenen Politiker zurechtzuweisen. Gute Idee, Clive. Schön, dass du das so siehst. Je mehr, desto besser, he? Onkel. Angenommen, Havel und Quinten lösen unser Problem mit den Armeen. Du hast nicht gesagt, was wir wegen der Getreideknappheit machen. Oh, keine Sorge, mein Junge. Die sieben hohen Häuser kümmern sich darum. Sie alle versprachen bereits großzügige Spenden. Natürlich brauchte es ein wenig Überredungskunst. Doch zum Glück hatte ich unerwartete Hilfe. Von wem? Es heißt, du hättest Lady Arians Haushofmeister Rockford gerettet. Vor einer Horde blutrünstiger Banditen. Es war eher eine Handvoll. Nun, die alte Dame war so angetan, dass sie eine Schiffsladung Goldbarren an meine privaten Docks liefern ließ. Und als die anderen Häuser sahen, dass das gute Fräulein nicht mehr auf seinem Geldbeutel saß, haben alle nachgezogen, weil niemand der Letzte sein wollte. Das hört man gern. So, jetzt muss ich zu meinem Anwesen. Triff uns dort so bald wie möglich, ja? Natürlich, Onkel. Und wie, bitteschön, bringen wir das Getreide in die Hauptstadt, wenn die Straßen voller Akasischer sind? Über eine andere verdammte Straße! Ich habe nur wenige Männer und die schicke ich nicht einfach in eine Ätherflut! Es sei denn, du willst, dass sie sich auch verwandeln! Dann würden sie weniger essen! Sagt er, in dessen Bauch die Rationen einer Kompanie passen! Meine Soldaten brauchen ihre Rationen ohne Nahrung, die sie bei Kräften hält! Sind sie tot, noch ehe diese sinnlose Mission begonnen hat! Wenn ich etwas sagen dürfte, vielleicht kann ich eine Alternative vorschlagen. Zwar sind die Versorgungswege unterbrochen, doch Schiffe haben wir reichlich. In der Tat dümpeln sie in jeder Bucht von hier bis Randela mangelsicherer Häfen. Lasst sie anlegen und füllt ihre Bäuche mit Getreide. Wenn die Menschen in den Städten satt sind, schickt die Vertriebenen zurück aufs Land, um die Felder zu bestellen. Aber ihr möchtet sicher fortfahren mit eurer... Diskussion. Verzeiht die Unterbrechung. Ich mische mich nur ungern in die Belange zweier so guter Freunde ein. Rutherford schwärmte von eurer großen Verbundenheit. Wir? Freunde? Ich kann ihn nicht ausstehen. Clive, ich bezweifle langsam, ob du mit den richtigen Leuten verkehrst. Welchen Umgang hast du denn bitte von einem Kriminellen wie ihm erwartet? Kriminellen? Du wagst es? Du bist nicht würdig, dieselbe Luft zu atmen wie dieser aufrechte junge Mann. Aufrecht? Er ist bekannt als Sid, der Geächtete. Langsam drehen wir uns im Kreis. Kriminellen. Kriminellen. Vielen Dank.